Manche Männer suchen verzweifelt nach der Frau ihres Lebens. Andere haben zu viele davon. Manch einer hat die große Liebe bereits gefunden. Ein anderer hat sie gerade verloren. Schlusspfiff. Verstehst du? Und dann gibt's auch noch Typen, die checken einfach gar nichts. Sag mal, du bist wirklich ganz sicher, dass das Kind von mir ist? Boah, du bist echt das Letzte. Was machen die hier eigentlich? Hallo. Ich heiße übrigens Günther. Und sie? Ich nicht. Tommy ist verliebt. Warum musst du immer kämpfen, Tommy? Warum? Kämpfen, Tommy! Kämpfen! Ich kann doch nicht kämpfen! Du musst jetzt kämpfen! 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 Ich will aber nicht, dass du kämpfst. Ich kann dir beide auch vor die Tür gehen und ausmachen wie Männer! Kann ja auch nicht wahr sein. Das ist mir original noch nie passiert. Das ist wahrscheinlich, weil ich zu viel im Kopf abholas mache. Das kann jedem mal passieren. Alles, was ich weiß, ist, dass ich dich liebe. Warum bist du überhaupt so eifersüchtig? Du interessierst dich doch gar nicht für mich. Ach so, Quatsch! Natürlich interessiere ich mich für dich. Wann habe ich Geburtstag? Also, das finde ich jetzt fies. Wissen Sie, dass die Krokodile evolutionsbiologisch zur Gattung der Vögel gehören? Komm, Brigitte! Oh, 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 oh. Ich hab dich lieb.